Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin SeelenQual und was ihr hier finden werdet, sind hauptsächlich Let's Plays. Zwischendurch vielleicht auch noch ein paar andere Videos, aber die eher selten. Hier geht es wirklich hauptsächlich um die Let's Plays, deren Ausschnitte ihr gerade auch seht. Diese Ausschnitte sind aus lauter verschiedenen Projekten, die ich jetzt bereits entweder beendet habe oder gerade aktuell sind oder die noch pausiert wurden, je nachdem. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr auf meinem Kanal zu entdecken und deswegen viel Spaß beim Stöbern.